Der Schmetterling, Bro, der Schmetterling ist wieder weg! Oh mein Gott, den kennen wir von damals! Moin Leute, Esken ist hier für Loot Boy und ich sag euch eines, bevor wir jetzt mit dem Live-Event anfangen, mit Marki zusammen, der Loot Boy hat was richtig krasses für uns da draußen klar gemacht. Ihr alle wolltet wieder die Bugs, Bugs, Bugs-Aktion und jetzt gibt es wieder die Bugs, Bugs, Bugs-Aktion. Leute, wenn ihr euch jetzt 10 Packs kauft, egal ob mit echtem Geld oder indem ihr einfach auf Diamanten geht und dann euch das Pack mit Diamanten holt. Wenn ihr euch 10 Diamanten-Packs holt oder 10 Echtgeld-Packs holt, dann bekommt ihr garantiert zu 100% B-Bugs und nicht nur das, sondern der Travis Scott kann drin sein, die beiden Varianten. Es können Lieferando-Gutscheine drin sein, Huawei Guthaben und, jetzt kommt das richtig krasse Leute, goldene Tickets sind mit ein bisschen Glück auch da drin und mit diesem goldenen Ticket könnt ihr nächste Woche auf diesem Kanal bei einem 1000 Euro Turnier teilnehmen und seid zu 100% im Turnier dabei. Ist das nicht geil? Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal das sogenannte Bonus-Pack, was man nach 10 Packs bekommt. Was? 1000 V-Bugs? Okay, Digga, das ist geil. 1000 V-Bugs und Lieferando-Gutschein. Digga, ich bestelle mir gleich erst mal was zum Essen. Und jetzt kommt es noch Leute, bevor wir mit dem Live-Event starten, der Code für 10 Diamanten ist heute Travis. Bis sofort, schnallt euch an. Wenn ihr neu seid, lasst ein kostenloses Abo oder ganz wichtig, Daumen nach oben auf dieses Video, wenn ihr Fortnite Live-Events feiert. 3, 2, 1, es geht los. Und let's go. Oh mein Gott, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Demnächst, 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 demnächst. Ja, demnächst. Was demnächst? Herr Bruder? Wir wurden getrollt. Wir wurden getrollt. Bruder, wir wurden getrollt. Oh, es geht los. Bruder, es geht los. Der Planet, Planet, Bro, schau nach rechts. Der Planet, 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 Planet. Der Planet kommt. Oh, Baby. Siehst du es? Siehst du es? Der Planet kommt runter, der Planet kommt runter. Ladies and gentlemen, es geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digger. Alter. Oh mein Gott. Der kommt voll auf uns zu. Bruder, lasst uns rein. Bro, wir haben beste Aussicht hier. Oh mein Gott, der kommt zu uns. Es ist Travis, komm zu uns. Wir haben hier Platz drei. Komm hoch. Oh mein Gott, Bro. Er kommt zu uns. Hä? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, siehst du ihn. Oh mein Gott, Bro. Es geht hier ab. Oh mein Gott. Oh, Digger. Was? Bro. Give me the love. Oh, bist du es? Irgendwo, Digger. Suchen Wurschüter. Alter. YouTube ist weiß geflogen. Aber richtig geil. Oh, wie sick sieht das aus. Ich will Autogramm. Ich hab dein T-Shirt an. Alter. Oh mein Gott. Bro, ist das geil. Das ist so krank, Alter. Bruder. Das ist so heftig. Die ganzen Tänzer hier. Oh. Er macht richtig Tanzbattle, Alter. Wir sind deine Fans, Travis. Oh, er guckt mich an. Die will ich hin von dir. Er hat mich angeguckt. Ah, ich auch. Ah, ah. Was macht der? Was macht der mit den weißen Dingern? Oh, Bro. Was passiert? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, es passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, du kannst einfach auf dem Wasser laufen. Bruder. Oh mein Gott, guck mal. Die ganzen Achterbahnen. Ich die Säunie, Digga. Ich die Säunie. Maschallah, der echte Hübsche. Bro, die Achterbahn ausrumst. Ja, ja, ich weiß. Boah. Das ist krank, Digga. Alter, ist das heftig. Oh, Baby. Weiter geht's. Oh. Oh, die Achterbahn. Bro, die Achterbahn geht durchs Wasser. Was? Fast, Baby. Oh mein Gott, Digga. Oh. Oh, die Achterbahn geht durchs Wasser. Alter, Leute. Oh, ey, das ist sowas geile, Digga. Digga, ist so geist. Das kann gut. Oh, shit, was passiert jetzt? Wir sind unter Wasser. Wir sind unter Wasser, Bro. Wir sind unter Wasser. Schwimm nach oben, komm nach oben. Ja, ja, ich schau. Boah, die geilen Schuhe, Digga. Bro, wer schwimmt denn da? Wer bist denn du? Skytrooper, Louis? Digga, hier laufen Skytrooper rum. Oh mein Gott. Unter dir, schau mal, lauter Skytrooper. Digga, das ist ein Tote. Travis Scott ist auch irgendwie. Oh mein Gott. Ich bin direkt bei ihm. Der, ich bin auch so. Und unter uns ist ein Travis Scott. Oh mein Gott. Oh, ein Quallen, Alter. Und der Nosekin, der uns die ganze Zeit getötet hat. Er fliegt. Er schwimmt hier auch und denkt so, hä? Was passiert hier? Oh, die Qualle, Bro. Die Qualle, wo schwimmt sie hin? LOL. Alter. LOL. Einfach in der Luft. Bro, wie geil ist das gemacht? Oh, was geht jetzt, Digga? Digga, ich flieg irgendwie und alles. Bro, Lama Boy läuft rum. Lami. Oh, hier ist Travis Scott. Bruder. Wo ist Travis Scott? Wer steht da irgendwo in seinem... In seinem... Bro, wie soll ich runter? Ah, wo rutscht ich werden? Oh mein Gott. Oh, was geht jetzt? Stopp. LOL. Bro, was passiert hier? Bro, wir fliegen. LOL. Was geht jetzt ab? Digga, wir fliegen einfach. Bruder, wir fliegen irgendwo. Was? Bruder. Digga, wir fliegen in die neue MF. Guckt euch das an, Leute, Alter. Guckt euch das an. Hoffentlich fliegen wir zur alten Map, Rui. Hui. Da ist wieder Travis. Alter, ist das krank. Bro, wo fliegen wir hin? Wo fliegen wir hin? Travis, ich flieg mit dir überall hin. Oh, shit, das explodiert gleich. Oh, oh. Yo. Noll, Digga. Ich fliege einfach in so ein weißes Loch rein. Bro. Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Oh, mein Gott, das ist zu krank, Alter. Der Schmetterling, Bro. Der Schmetterling ist wieder weg. Oh, mein Gott, den kennen wir von damals. Lull. Nein, oder? Ist es vorbei? Oder es ist, glaube ich, vorbei. Ladies and Gentlemen, ich glaube, das war das Live-Event. Travis zu dem Scott, meine Damen und Herren. Alter. Mega geil, Digga. Wie fandest du es? Digga, es war krank, Digga. So ein heftiges Live-Event. Gehört. Oh, das ist gestört gut.